Dann treffen wir uns bei dir Hä? Dann treffen wir uns bei dir Bei die ische 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 Du ische Ich hab Geld, ich hab Style Ich hab auch ne doch kein Geld Von wegen Von bis wegen Hier ist ein Petri, der sieht aus wie ein Skeletton Ja und der ein rote Flügel ne? Ja genau! Ey das... Sieht so geil aus, aber immer ein beschissenem Level Der ist bestimmt Jetzt jede Wette, der ist bestimmt jede Wette richtig ein geiler Mit Level 12 Wo bleibst du jetzt? Geiler! Bin bei der Tamion Box hier bei meinem Haus Dann komm ich da hin Seile go Hallo! 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 Was ist jetzt? Der will die Spoppe Hehehe Warte was? Den Sch... Oh, jetzt hat er ein... Hat er... Was hast du da drinnen? Was? Was hast du da drinnen? Oh, kleinen Affen Oh, kleinen Affen Roten Jetzt da unten drinnen Hallo Äffchen Den hole ich mir nachher Stadt Äffchen So Stadt Äffchen spricht doch die ganze Zeit mit dir Was ist raus Was ist das raus? Der war rot, ne? Achso, ja, ja Alter, wo bleibt das Ding denn? Dann geh doch zu Netto Wunder bei Obi Wunder bei Obi 216 Ist es glaube ich Orange hat er natürlich auch nicht schlecht Klappen 216 Boah, der sieht total krass aus Bist du denn? Der ist so golden orange Wo bist du? Äh, na da wo ich gesagt hab Okay Doch, ich steh hier glaub ich Vor Jacks Hütte Was ist das hier für einer? Der sieht ja nicht aus Bestimmte Spawn, wo wir die Viecher weggemacht haben 90 Also Manu, äh, äh, das Fleisch Das fertige Fleisch kann nie verbrennen Nee, nie Oder? Ihm Nicht, nöch, nöch Weil ich hab da jetzt gar n... Ich hab da 2000 reingepackt So Mit 2000 Holz Oh, Nase, Nase Ey, hier ist ein Zebra? Pferd, ja Wow, süßlich Das muss man passiv tämen Da kriegst du ne Krise, ey Beschissen die Viecher, ey Noch lustiger wird's bei dem Einhorn 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 Es gibt die gar nicht wirklich Ich hab mir zu gern gehabt, ey Doch, hier gibt's ein Einhorn auf der Map vielleicht Na gut, hier will sie's nicht Aber bei Rack noch auf jeden Fall Geh mal kurz weg, ja Jo Der Mond sieht geil aus Ich glaube, du bist bei 50, 40? Boah Guck dir den Stego an Was hatten wir für ein Level? 99 Luftballon Äh, ich hab den schon getötet, ja Also Na gut, hätt's auch mal sagen können Ja, gut, hätt's auch mal sagen können User disconnected from your channel Genau Peace, die alle Ich hab das Mikrofone ausge... Aufgegessen Du hast ihn getötet Er war noch so alt Äh, jung Ja Gibt's hier eigentlich ne Taschenschlampe? Gibt'n Bergarbeiter hier mit ne Lampe dran Habt ihr den? Und den leeren, ja Wollte ich eigentlich eben ausprobieren Aber da hätte ich lieber gern einen Bauplan Damit der auf mir aussieht Ich würd grad fragen, ja Wie viel... Wie stark der leuchtet bist du? Gar nicht, ne? Genau Ich hab den noch nie gehabt Wie... Wer ist denn? Was? Wie geil Scheiße Alter... Ruppst die ganzen Bäume um Neuuuun Was haben wir denn da? Der Schweineken Au Oh scheiß Schon wieder so'n Mistvieh Du bist hier Also das hier hinten hat auch Opi was Hier ist ne Hüde? Oh, ok Ne Die Ecke hat auch irgendwie was hier Ja ne du Hier hinten könntest du was bauen Und hier vorne kommt nachher die fette Mauer hin Mauer? Ja Sehr richtig geil Geile Mauer Oh, was haben wir denn da? Ne, hab ich auch gedacht Achso So Da hat man sogar einen Zwischenausgang Ist ja auch nicht schlecht Drum wir drehen wir nach oben hier Kommt ja keine echte Treppe So das Achso, die Ja hier waren wir vorhin schon Ja Ja Oh, da hinten ist ja schon wieder Klausi Sie wollen sofort ne Ja Brauchen wir da auch nicht hin Äh, ich folge jetzt grad Pluto Äh, Klausi Scheiße Okay, Manu, ich hab dich verloren Bin wieder zurückgeflogen da unten Da unten runter den Hügel da Wo wir hochgeflogen sind Bei der Treppe Hier Rechts von dir Da bist du Alter, warte mal kurz hier auf den Blitz Dann guck mal hier hin Das ist in Ruin Das sieht mega geil aus Wenn das richtig blitzt Oh Das ist mega geil aus Ist Leder sehr wichtig oder geht's? Leder ist eigentlich immer gut. Solange der Schrank nicht voll ist, ist Leder immer gut. Grün-Rot, das sieht auch cool aus. Eine Drohne ist hier gerade. Eine Drohne? Und er holt wieder sein Knoppers raus, natürlich. Abends halb 10 in Deutschland. Mhm. Kommen die Schafe eigentlich nur da hinten oder auch überall auf der Alka? Ja, also ich vermute sie hier am stärksten. Sonst werden wir mal rüber zum Eis, weißt du, davor. Ja, hier brauchen wir auch nicht weiter suchen. Guck mal, hier war er auch schon, hier liegt schon totes Vieh. Er war überall. Ach, da wo tote Tiere liegen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass da was bornt am höchsten. Er hat ein Ei. Er hat ein Ei. Ein Ei, ei, ei. Ei. Carbonimes. Carbonimes. Gesundheit. Boah, das waren 270er. Oh, krass. Pari. Was ist das denn? 270er, Pari? Ja, ist tot. Oh, krass. Oh, krass. Oh, krass. Oh, krass. Oh, krass. Er macht ihn so, ich macht ihn so. Unfall. Kann der Scheiß Regen mal aufhören, oder? Regen? Alles so, wie es hier ist. Kannst du den vielleicht ausstellen? Böh. Das ist ja fett. Was denn? Was hat denn der für ein Level? 171. Gibt es hier keine Schiefer? Wie sieht das Regen aus? Bitteschön. Muss ich die für dich töten hier schon? Ja, na klar. Boah. Oh, der Biber. Wetter Biber? Schwarz mit weißen Streifen über den Rücken. Und aber einen roten Schwanz. Ja, den habe ich auch gesehen. Der sieht ja geil aus. Oh, ein 270er? Cool. Lausi, wolltest du diesen 270er? Was denn? Biber. Biber. Lass mich raten, da ist rot mit drin. Der schwule Schwanz ist rot. Der Rest ist schwarz und weißen Streifen auf den Rücken. Nein, völlig nicht. Sieht doof aus. Der nehme ich den. Was? Der sieht total beschissen aus. Der sieht geil aus. Also ob der einen Tampon hinten dran hat und zwar durchgehend. Ja. Oh Gott, lass es ein Teebeutel sein. Teebeutel? Ja, ja, ja. Fliegt man damit ganz hoch, vielleicht kriegt das dann Angst und pullert ein. Hat er schon roten Schwanz. Und er hat einen Riesenfest und und und. Und zwei Wochen später erwischt ihn seine Frau beim Fremdgehen. Oh. Dann hat er sich was eingefangen bei diesem Fremdgehen. Oh. Wenigsten etwas. Dann hat sich das entzündet. Oh. Dann mussten sie ihm mal die Vorhaut wegschnippeln. Oh. Ja. Dann lag er im Krankenhaus. Ja. Scheiße, ich hab mein Dodo fallen lassen. War untenrum natürlich bandagiert. Dann sind die Freunde von seiner Frau, die dann mittlerweile die Scheidung eingereicht hat, hingegangen. Haben eine Stripperin bestellt ins Krankenhaus. Was? Was meinst du, was der Schmerzen hatte? Wow. Der Stefan. Alter. Das werde ich nie vergessen. Diese Story. Was haben die ein Tromborium gemacht? Und was war die alte hässlich? Kein Wunder, dass der Fremdgegangen ist. Mit Cabrio hier durchs Städtchen und Gehupe und. Braucht der Beaver. Zum Tame. Also jetzt kein Gimbel, sondern allerdings Karottenhaus. Bist du denn? Ja, ja. Gemüse. In der Ferienbox war ich gerade. Ah, okay. Äh, jetzt der Affund. Das Vieh greift sich gegenseitig an. Du musst, ähm, den Fetz packen. Der Affe ist runtergefallen, das Vieh ist oben. Hast du gehört? Was? Mit dem Agentavis kriegst du den nicht, oder? Doch. Hast du den? Setz dich hin! Ja. Ich hab das zwei oder dreimal versucht. Hat nicht geklappt. Ja. Könner. Ja, Könner. Nichts Könner, ja. Halt deinen Maul! Ich heb dich gleich hoch. Mach's noch nichts vergessen. Wenn du, wenn du mit dem Agentavis, äh, ein Rhino tragen kannst, dann bist du ein Könner. Ja. Hab ich... Ja, was meinst du, wie ich mein Rhino hierher geholt hab? Ja, ja. Aber nicht mit, äh, dem Agentavis. Wollen wir wetten? Warte kurz, Manu, warte kurz. Wetten, du meinet. Warte mal, ich geh da hin. Schwarzes Megatherium mit roten Socken. Auch nicht schlecht. So, hab ich hier noch was Interessantes? Äh, nein. Nein. Ja. Züh. Jeder. Das hab ich hier hinten noch. So, welche war das jetzt? War das das einzelne da hinten? Nein. Der war's. So, Manu. Wo du? Wo du? Äh. Äh. Ja, Manu, wo bist du hin? Bin immer noch. Bei meinem Taming Box. Warte. Jack, wo bist du? Der hat sich kurz abgemeldet. Ah, okay. Ich hab nämlich hier was für ihn, was er schon haben wollte. Äh. Ja, ich treff ihn wieder angeblich. Jens halt nicht. Kalle, flieg jetzt nicht hier drin rum. Ich bin draußen. Da hin. Au. Au. Au, ab du. Kacke Kroge. Ey, jetzt ist er unten. He is so fucking slow. Vielleicht noch den Affen. So, den stoffst du jetzt voll mit Fressen und dann gehen wir weiter oder was? Ich hoffe, du hast Salami dabei, dass du dir noch was geben kannst. Salami? Salami! Nicht meiner, sondern... He he. 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 Wait what? Wait watchers? Say wait what? Say waaat? Say waaat? Say waaat? YMTA! YMTA! Es ist auch klar, dass du das kennst. Manuel ist auch schon alt. Was ist jetzt? Großer Tütü und dann in diversen Clubs da, jaja. Okay, Manuel, er hat Bilder von dir gesehen. He he he. Glaub mir, nicht nur eins. Ach. Damals. Vor der Operation. Ich hätte dich doch mitnehmen können. Ich mach dir die Tür auf schonmal. He he. Türe auf. Wir sind... Fünf Barras her. Im Gleichmarsch. Und, äh, machen alles platt. He 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 he. Geil. Ja, nicht so... Affe, Alter. Uh, ha ha. Uh, 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 uh. Wenn du nah dran kommst, mach dir immer. Ha ha ha. Ja. Der macht es zu. Es sah so schön aus. So interessant. Und so charmant. Armanen? Du kommst da nicht durch. Du kommst hier nicht hinein. Der Affe ist hässlich. Kriegst du Übermahnung? Ja, auch. Ups. Über dich. Wo bist du denn grad, Klausi? Ne, Quatsch. Klausi war jetzt weg, ne? Bin hier, ja. Wo denn? Ich springe hier grade... Dass ich mal zu dir komme. Bei einer Eisinsel ganz oben, ne? 50... 45 springe ich immer noch rum. 50... Oder war das 50? Nö. Nö, 15, 45. Ja, 50, 45. Aber dieser kleinen Insel da. Nein, das ist ne ganz große Insel hier. 50? Ach, die, die unter uns, so gesehen, die Insel. Ja gut, da waren wir auch schon so oft. Was für ne Insel? Das ist hier ein halber Kontinent. Das ist ganz unten. Links 50. Ach so. Ja, ja, ja. Und 45. Okay, gut. Ihr nehmt diese Zahlen. Ja, gut. Erst left, dann lon. Ja, keine Ahnung. Ich mach immer erst unten, dann links. Nee. Erst links. Keine Ahnung. Ja, ja. Ja! Ja! Nun hör doch, Junge! Ihr konntet lesen. Oh? Wir haben es vermutet. Für die ja gerade alles, was ich kann. Der tötet alles! jetzt los ja nachts los ok hier nachts da geht so früh wie möglich da rein für drei stunden locker so köln das ist schon aber wir haben die die falschen karten bestellt also wir haben die jetzt nicht kann von der gamescom bestellt sondern von der gayscon ist das so schlimm oder das ist doch schlimm da gibt es in köln genügend klubs wo ihr dann reinkommt am besten ist wenn du hinten so ein rotes taschentuch denn eine arschtasche machst rosa rosa wieso warte mal klär mich mal auf ja so dass du da nichts reden da hast du aber direkt zwei partner weg ja musst du reingehen good morning er zeigt dir vorne zwei daumen und du spürst den dritten da ja zeigt der daumen nach oben bis zum zäpfchen ohr musst du schu... boah jetzt reicht's ja ach leute ja ja damals damals jetzt nochmal die insel wechseln ich bin jetzt auf dieser schwebeinsel schwebeinsel 40 50 werde ich jetzt fliege hier hirn sich was ist das denn hier das ist baum ohr ohr von dem film hier von 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 diesen drachen film da drachen kriegen leicht gemacht genau drachen ziemlich leicht gemacht wasser da war hier gerade so ein vieh das schaf nein nein dieses komische kleine vieh was er der typ da im drachen ziemlich leicht gemacht zähmt drachen der meint bestimmte die morfodon so ganz kleines fliegetier geil die gibt es hier doch habe ich vier stück oben bei mir kann man damit fliegen den habe ich sogar bei mir im haus nicht da kannst du in der angriffsarmee mitmachen den mitten bei mir im haus ich war schon seit einfach an da oh god wo du da warst als hätte ich jetzt erst irgendwo die haben das haus gebaut ja die haben das haus mit aufgebaut aber nur weil ich kein zement mehr hatte und irgendwas zwischen den steinen klemmen musste ja 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 hä letzte familie wenn ich kein zement mehr hatte und holen die babys aus dem steil gebraucht er hat letztens irgendwie so ein typisches spiel sehen da haben die das wirklich reingemacht so was da bist du da langgegangen und dann auf einmal hast du rechts übel zieht Fresse sehen das war irgendwie so eine unterwelt oder so und der hat da eine mauer aufgezogen und hat kleine babys als mörder benutzt die doch geschrien haben geil oh ein übelstes kranke spiel so muss das sein ja da kriegt sogar der hundangst glaub ich krieg grad und sowas wird wahrscheinlich nur in deutschland erlaubt sein äh ich muss mich erstmal ganz kurz abmelden meld dich mal ab grotes gommi bo achso das war wieder was anderes das gleich joo alter kräft den da nicht der steht direkt vor mir ne da liegt er da liegt er auf so narkotik rein wenn ich dann welches dabei hätte oh weißt du der ist nur am pfuschen nur aber so noch nicht einmal vor ich hab' ich gesehen von ihm noch nicht einmal so was will der haben äh pulmo komm schon joo komm schon bitte ja tief auch okay okay ja dann doch das ist mir am kranz äh komm hier nicht weg so huu geh doch irgendwie oh geh doch zu netto das ist panel geh doch zu netto jatsch 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 ach ne ihr seid schon fuck ja 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 die sind dann du und du du nie du ja Und jetzt. Oh, ich bin ein Arsch. Das ist zu lohnen. Oh, ich bin ein Arsch. Das ist zu lohnen. Arter Junge welches er hatten das ist scheiß Alfa 4 hier war gerade dann leider ein Alfa 4 kaputt hier das dauert einfach nur Dauert und Dauert und Dauert Ja sie richtig Ich bin gerade das erste Schlagdruck gemacht 243 Wird man den Affen auch mit Karotten tamen oder war es nur mit Mecho? Ehm nur mit Mecho Scheiße kein Mistfeel der Kettel da unten da An der Bahn die Pratschke Oh man hat jetzt schon hier alles Dauert und Dauert und Dauert und Dauert Aber soviel ich weiß kann man den auch mit Gibbel tamen Ich glaube da musste das Gibbel auf die Null legen Und zwar lass mich mal gerade gucken Also ich meine jetzt den kleinen Abnehmer auf der Schulter legen Der Mesophitykus ne Halt den kleinen Abnehmer auf der Schulter legen kann Der Mesophitykus heißt der so Kann sein ich lauf grad hin Ich gucke mal ob der Mesophitykus heißt dann will der nämlich Dodo Kibbel Ja Ja Dodo Kibbel Dann geht das natürlich schneller ne Ja Oh das ist 180er glaube ich Ja Und Dodo Eier haben wir ja Kannst du dich die Todschmeißen mit Hast du noch fertiges Dodo Kibbel oder? Ähm musst du mal gucken Äh ich knall den nochmal Weil ich hab grad was in der Box liegen Deswegen Er bin in der Box Äh Klausi ins Box Klausi in der Box Das können wir mal mit ihm machen In der Box Hinten nach Korea da Lassen wir ihn da rausschmeißen Flugzeug Gefesselt Ohne Fallschirm Er ist ja ein richtiger Mann Ohne Da fällt er direkt auf so ne Stange Es ist ja ne Frau Alter naja gut von der ganz oben Ich glaub da bist du zerteilt Wer hat einen zulassen? Ich hab's genau gehört Der war richtig im Abgang Ja das war aber auch äh Ausgepflanztes äh Lederkissen Wo er reingeprotzt hat Hm? Ja Ja Woll Ist das richtig Dodo Kippel? Jaja muss an den Kühlschrank gehen wo die Eier sind Gibt's da oben Dodo einen in der Suchleistung Dann macht er ja Entweder die Eier oder das Kippel an Hast du Eier? Aber ich glaub 150 Stück oder sowas Kann sein Ja glaub ich Ja die legen ja auch Ja gut 161 Ja Macht ihr für den 180er macht ihr 20 Stück fertig und dann ist jod legst du das auf die null und dann ab in die pommes brauche nur 20 eier ja und mal das geht doch wieder so wie letztes mal an den komischen dingen hier durchs trickkocher einschalten so dass oben eingeben also ich wollte gerade sagen Okay. Whaaat? So do I. Quatsch. Quatsch. Quatsch, die Bogen. Wow, was für ein kranker Abgrund das ist. Und die Hunde fallen runter. Was für ein kranker Abgrund. Ich flieg da gerade drüber. Heftig. Das ist eine geile Insel hier. Diese schwebende Insel, die ist so geil. Da gibt es keine Schaden. Echt nicht? Da sind alles voll mit Raubtieren. Ja. Da gibt es eine Kringelwurst. Direkt am Wasser liegt eine Kringelwurst. Eine was? Megalosaurus nennt sich der. Das ist ein Tier, der schläft tagsüber und wird nur nachts aktiv. Krass, okay. Okay. Aber wenn der dich zwischen den Pittchen hat, dann hast du ausgeschickt. Oh, der geht aber schnell. Sag noch, gab's ja mal Höhlen, wo der mal drin erschlafen hat. Warum musstest du auch passen? Hütter gleich fertig. Annehmen, fertig. Achso, ich muss mich auch hier auspowern. 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 Aus. In der Tat? Was ist das hart? Ich bin so. Ich bin so.